Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die kostenfreie iPad-Anwendung von KnappMet vorstellen. Mit dieser Anwendung kann man ganz einfach den nächsten Urlaub buchen und zwar bei den einzelnen Hotelanlagen natürlich. Und wir wollen euch das Ganze so ein bisschen vorstellen. Auf der Startseite wird man hier gleich begrüßt mit einem ziemlich schönen Bild, wie ich finde. Da sehnt einen natürlich schon direkt nach dem nächsten Urlaub. Und unten in der Leiste zum Beispiel gibt es hier die Knöpfe Buchung, Kontakt, schneller Zugang und meine Lesezeichen. Es gibt oben rechts nochmal eine kleine Funktion, da kann man auch eine leistige an der Seite öffnen. Da gibt es erstmal die Einstiegsseite, auf der wir gerade sind. Da gibt es die Resortsuche, ihr Traumresort finden ist möglich. Unsere aktuellen Angebote werden auch noch angezeigt. Premium All-Inclusive bei ClubMet und Informationen sind ebenfalls integriert. Und gehen wir einfach mal auf Resortsuche, dann öffnet sich hier schon eine neue Seite. Und man kann jetzt auch sich hier orten lassen, muss man aber nicht. Und dann findet man hier schon die einzelnen Resorts auf der ganzen Welt. Und man kann natürlich hier auch ranscrollen. Und wir nehmen einfach mal eins hier. In Mexiko ist das, man kann sich hier dann die Details eröffnen. Und hier findet man dann diverse Informationen zum Resort. Man findet natürlich auch schon die ersten Preise. Ab wie viel Euro es die ersten Angebote gibt. Und natürlich, ganz wichtig, es gibt auch jede Menge Details, die hier in den einzelnen Unterpunkten nochmal aufgegliedert sind. Und zusätzlich gibt es natürlich auch den Punkt Buchen. Dort kann man zum Beispiel draufklicken. Und dann hat man hier die Möglichkeit, mit dieser Browserverknüpfung letztendlich zu sagen, was man denn suchen möchte. Hier ist jetzt schon voreingestellt das Club Resort, was wir gerade eben gewählt haben. Es ist jetzt noch möglich, hier das Anreisendatum zu wählen. Da sagen wir einfach mal, wir wollen reisen im September 2014, das passt wohl. Und dann kann man hier die Nächte eingeben, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder. Danach klickt man einfach nochmal auf Weiter. Und schon werden einem dann hier die passenden Ergebnisse angezeigt. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Man kann sich dann hier auch Schritt für Schritt durchfinden. Und letztendlich auch diese Buchung hier abschließen. Sich ganz genau anschauen, was für ein Relevantes. Und insgesamt ist es von daher eine wirklich sehr schöne Anwendung, mit der man hier sich die Resorts angucken kann. Und da geht es dann auch weiter mit der Buchung. Da muss man natürlich die Daten bereitlegen und so weiter. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer die Verknüpfung hier zu den aktuellen Angeboten. Insgesamt also eine schöne Verbindung zwischen Vorstellung der einzelnen Resorts und Buchungsfunktion. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.